Vor langer Zeit ist die Welt eingefroren. Vor so langer Zeit, dass ich mich nicht an eine wärmende Sonne erinnern kann. Als Kind habe ich Geschichten gehört, wie der Planet durch das Verbrennen unserer Brennstoffe immer heißer wurde. Wie wir Türme entwickelt haben, um das Wetter zu beeinflussen. Als das Essen knapp wurde, konnten sich ein paar Glückliche an Orte wie diesen retten, wo ein Leben unter dem Eis möglich ist. Aber dann begann es eines Tages zu schneien. Und hat seitdem nie wieder aufgehört. Kolonie 5, hier ist Kolonie 7, over. Was geht's? SOS-Schleife von Kolonie 5. SOS? Falls das irgendjemand hört, ich wiederhole unseren Standort. Vor ein paar Stunden haben wir ein Notsignal von Kolonie 5 erhalten. Wir sollten die Sache überprüfen. Wir sollten uns lieber um uns selbst kümmern. Sie haben die Kolonie in Gefahr gebracht. Ich glaube kaum, dass du das zu entscheiden hast, oder? Wir schicken ein Team unter meiner Führung. Ihr müsst aufpassen. Was ist hier passiert? Tolles Empfangskomitee. Wir kommen von Kolonie 7, um euch zu helfen. Sind sie weg? Wer? Gibt es weitere Überlebende? Definieren sie lebend. Mein Gott. Wenn sich die Welt verändert... Sie haben alle abgeschlachtet. Und sie kommen her. Verändern sich auch... Es ist der Hunger. Er hat sie verrückt gemacht. ...die Regeln des Überlebens. Ihr habt sie zu uns geführt. Du wirst jede Kugel brauchen. Die Kolonie.